Dieser Ford Reinge mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist viertürig und bietet Platz für vier Personen. Der SUV besticht durch sein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel liegt bei 7,8 Litern pro 100 Kilometern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Großteil 1 M 7 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.